Hier kurz eine Erklärung zu der analytischen Geometrie und der Darstellung einer Geraden in Parameterform. Die allgemeine Darstellung lautet, die Gerade ist gegeben durch den Vektor x ist gleich der Vektor a plus Lambda mal der Vektor b. Was bedeutet das zunächst? Wir schauen uns einen Vektor a an. Diesen Vektor a können wir hier durch die Komponenten a1 und a2 verändern. Das wäre jetzt die Komponente a1 und das wäre die Komponente a2. Die Gerade ist aber noch ferner gegeben durch ein Vielfaches von einem Vektor b. Ich zeichne den Vektor b ein. Der Vektor b ist definiert durch seine Komponenten b1 und b2. Das ist die Komponente b1 und das ist die Komponente b2. Und wenn wir nun dieses Vielfache von Vektor b mit Lambda, einem Schieberegler hier, verändern und das Ende jeweils kennzeichnen, so haben wir hier eine Gerade. Denn b, der Vektor, wird mit jedem beliebigen Vielfachen jeder reellen Zahl Lambda verlängert und wir sehen hier eine Gerade. Jetzt schauen wir uns mal den Zusammenhang mit der Steigung an und frischen diese Ansicht mal auf. Um die Steigung besser zu erkennen, werde ich hier ein Gitter einfügen und ich werde meinen ursprünglichen Punkt 1,2, den Vektor und bei b nehme ich mal diesen Vektor 3,1. Wir sehen hier 3,1 und wir können hier erkennen, dass die Steigung der Geraden nicht abhängt von meinem a, denn wenn ich mit meinem a mich bewege, habe ich überall die gleiche Steigung, sondern nur von meinem Vektor b, der hier in diesem Fall 3,1 ist. Die x-Komponente oder die x1-Komponente ist hier in diesem Fall 3. Das ist mein Delta x. Die y-Komponente ist in diesem Fall 1. Das wäre hier in dem Fall Delta y und ich hätte hier in diesem Fall eine Steigung von Delta y durch Delta x, also einem Drittel. Wir können uns das auch nochmal anschauen, wenn wir hier 4 nehmen und dort vielleicht auch 4. Wir gehen mal hier mit a zu einem Punkt, der an einer Ecke von hier an dem Koordinatensystem liegt und auch hier haben wir die Steigung 1, Delta y durch Delta x ist auch in diesem Fall 1.